Musik So, wir sind wieder bei Captain Toad Treasure Tracker Paul Master ist jetzt wieder im Game Paddle und spielt Level sitzen in der Rotation der Luftstation und versucht dabei alle drei Superjuwelen einzukollekten Ja, also er hat noch keinen einzigen eingesammelt Das ist eine ziemlich schlechte Leistung, als er das Level zum letzten Mal gespielt hat Aber in diesem Versuch wird sich das hoffentlich ändern Ja, ich sehe hier bereits zwei Superjuwelen auf dem Bildschirm Also von dem her werden zwei schon mal kein Problem darstellen Aber der letzte eventuell schon, da ich ihn noch nicht sehen kann So Fiegt jetzt hier um mich rum oder was? Oh ne, ok Wo ist denn der, wo ist denn der dritte? Da ist einer Hä, wieso denn? Hast du schon alle drei gesehen? So, ich weiß nicht, wenn ich ankomme, ok, alle Ne, ich hab nur die Beine gesehen Vorsicht Hilfe, Hilder Aua Tod Die Extraaufgabe hat der Meisterbereit geschafft Oh, die 26 leben bloß noch Hä, wir schießen da so nach unten Alter, hab ich nie mal getroffen hätte von... Hä? Oh Tja Komm, stirb Komm, stirb Hä? Was? Ich stand schon da drauf Nein Und? Hast du schon eine Ahnung, wo der dritte ist? Was? Ich hab jetzt mal hier irgendwo, ne? Äh, ne, ja, der Gegner tut Du Kann ja nur hier bei einer Plattform einmal ist Haha, ja, wahrscheinlich Hm Was trichert das Teil? Naja, jetzt sehen wir auch an der Markierung von den grünen Steinen und auf der anderen Seite sind die Orangen Und der letzte? Der muss ja auch irgendwo sein, vielleicht halt diesen Pflanzen dort Dieses Viecher besiegen Hast du ihn? Ja, ich weiß, das ist der einzige Plattform, auf der wir noch nicht drauf waren Echt? Ja Ha Ey, wie dumm Das war's ja auch schon Nein, 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 warte Alter Ja, das ist das Boah Alter Geh mal weg Hä? Ja Da ist er Der Meister hat ihn gefunden Sehr gut Jetzt nur noch zum Ziel Ah Meine Fressi Ja, ja Ja, ja Da Die Level wären echt schwerer, ne? Kann man nicht anders sagen Kann man nicht anders sagen Kann man nicht anders sagen Ja Wo ich da rein hier Hier schnell noch Ein paar netten Münzen ausschau halten Oder so Ob hier irgendwo eine versteckte Plattform ist Übrigens bei Super Mario 3D World Nicht durch die Röhren geht Nach unten Sondern so runterfällt Nach unten Dann landet man trotzdem bei den anderen Bei den anderen Welten Wenn man so runterfällt Dann lag das so kurz Und dann wird die Welt so geladen Weil es sie eigentlich laden würde Während man durch die Röhren geht So wie auch bei Need for Speed Carbon Wenn sie einen Glitch anwendet Sodass man außer der Begrenzung so ist Dann fährt man so kurz Und dann Muss es plötzlich so ganz viel Welt laden Und dann Dann hat man so Standbild Dann sieht man so wie die Welt sich aufbaut Und dann fährst du weiter So wie bei Minecraft im Prinzip Nur dass es wenn man keinen Standbild hat So Wenn die so So Ich muss sagen So stimmt Die Ferien wächst erst nach Wenn die davor Kaputt ist, ne? Und jetzt krieg ich nicht mehr Ich werde dann bestimmt Und eigentlich auch nicht Schade eigentlich Ja, bringt ja auch nichts Ja, bringt ja auch nichts Jetzt mal ein paar Münzis Ja Jetzt kommt glaube ich das Secret Ach, Mann, da gibt's keine Münzen Ja, man kann doch mal gucken Blöd oder was? Ja, siehste, da ist die Leiter Ja Da warst du schon reingegangen Da warst du schon reingegangen Blöd oder ein Pilz Ach, man hat ja viel gebraucht die Münzen, ne? Tja, vielleicht Wie viele Münzen brauchst du? 170? Ja Vielleicht gibt's ja hier ganz viele Hey, da kann man ja gleich reingucken Ja Ja, wohl auch nicht Ja, wohl auch nicht Tja Bist du wohl anders zusammensuchen Auf der Röhre liest der Der Lese dort Ich hab mir mal so vorgestellt Das sind so New Super Mario Bros. U So online mit so 100 Spielern So gleichzeitig spielst du So alle gleichzeitig zum Level Und ständig bleibt das Spiel zu stehen Weil immer so einer stirbt Ja 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 Alter, das ist ja richtig krank Nein, oh Nein, oh Ähm, wie bitte? Den Stern? Den Stern? Nein Den Stern? Nein, nein Hast du ja schon mal ausprobiert Ja Ja Wie viele Münzen hast du? 141 141 141 Das sind noch zwei Ja Das sind noch mehr Wieso mehr Blöcke? Übrigens Jaja, die hab ich extra nicht mehr gemacht weil dahinter Ob die so üben sind Ja Achso, ich kann auch gar nicht mehr zurück Schau bitte auf den TV-Bildschirm wieder Ja Ach scheiße, Alter Nee, oder? Hm Na toll, Alter Ja, das funktioniert nicht Ja, okay Wenn ich jetzt einfach schon wieder neu starten, ne? Ja, kriegst du da nicht mehr genug? Nee Kannst du die nicht einsammeln, die da liegen? Ja, genau Ich weiß nichts mehr Kannst du an den Stern vorbei? Alles bräuchte Ja Gibst du mir noch was? Ja, okay, dann seh ich mal den, äh, Jubilien denn ein Mhm Und versuchst es denn nochmal? Okay, jetzt kannst du überspringen jetzt mal Ja, so Dankeschön Was ist das ausgeblendet? Hast du es nicht gesehen? Nee, das, äh Fortsetzung folgt Oh ja, ist ja gut, Mann Ja, ich weiß Mann, so schnell jetzt 155 hattest du Nicht 141 Ist hier Scheiße gelabert Oh, Gott Kannst du jetzt... Achso, jetzt hast du es schon geholt Wie viele Münzen hast du? Genug Genug Ah, okay Genug Hä, bringt das überhaupt noch was? Achso, du musst die Gegner töten Nur die Gegner Ja Ja, jetzt habe ich das auch Tower Defense Sehr gut Du brauchst einfach schnell mal raus aus diesem Level hier Sehr gut Level beendet Okay, dann würde ich sagen, geht's in den nächsten Part Weiter mit der Episode 3, nicht wahr? Hojo Wenn wir schon mal kurz rein luken Wie das dann aussieht Oder das... Naja, wohl, nee Dann gucken wir ja gleich das Intro Nee, dann schauen wir uns lieber im nächsten Part an Aber wir gehen schon mal in den Titelbildschirm, ne? Und jetzt ist auch die Zeitvergabe hier übrigens erschienen und wohl die war ja vorher schon dann, oder? Äh, weiß ich nicht Okay, also im nächsten Part an Episode 3 Äh, schalte wieder ein Und bis zum nächsten Part Tschüss D D D D D